Ihr lernt euch supergut bewegen, ich war wie ein kleiner Gumpiball früher in eurem Alter auch. Wie wahrscheinlich viele von euch auch, wollte ich die ganze Zeit rausgehen und rumrennen. Und darum freut es mich, dass das heute der Startschuss ist. Er kommt mit! Ich habe mich sehr gefreut, dass die Kinder so viel Freude hatten, dass auch an einer Wochenende so viel gekommen sind. Klar, wenn der Feder kommt, dann ist es logisch, dass wir hier sind. Aber du weisst nie genau, was zu erwarten ist. Und vor allem, was mich gefreut, ist natürlich auch von den ganzen Lehrpersonen, von der Schule und der Gemeinde, um zu sehen, dass rundum alle glücklich sind, dass man in der Mannschaft etwas kreieren konnte. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der berühmt ist. Er war ja einer der erfolgreichsten Sportler. Und ich habe das kaum geglaubt, dass er mir die Hand gegeben hat. Ich habe das noch immer nicht geglaubt. Ich bin sehr gefreut, dass der Spielplatz eröffnet wurde. Und ich habe mich seit Wochen gefreut, dass er kommt. Und ja. Wir haben jetzt wirklich Platz, um sich zu vertue und sie nutzen es auch. Und es freut mich riesig für sie. Und ich habe das Gefühl, sie sind auch sehr dankbar. Schön in der Innerschweiz zu sein. Hier im Lido habe ich noch die Zentralschweizer Meisterschaft gespielt. Ich weiss nicht, ob ich jemals gewonnen habe. Ich habe immer das Gefühl, dass ich verloren hatte.